hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play 7 days to die in der erheblichen baufolge es wird erheblich gebaut solange wie wir jetzt noch mit dem matz auskommen werden wir jetzt einfach bauen würde ich sagen das hier reparieren wir nicht weil das kommt weg ja wir müssen wir müssen das hier alles jetzt das muss alles beton sollte es muss alles beton also die idee ist dass der deckel doppel dick ist aus beton das zum beispiel die geier sagen den deckel greife ich nicht an ich fliege hier runter und versuche hier durchs loch anzugreifen und dass auch leute die hier oben drauf sind weil die die idee ist immer noch dass die leute hier oben drauf kommen und dann die sie zu uns runter fallen ich gebe diese idee nicht auf ich weigere mich diese idee aufzugeben ich werde diese idee nicht aufgeben ja so nämlich dafür machen wir die dinge doppelt dick aber wir machen erst mal nur die halbe ecke hier was ich sehen möchte wie es am ende aussehen soll und ich denke wenn wir das auf einer seite durch geplant haben dann können wir tatsächlich uns auch trauen können wir uns auch trauen das auf anderen ecken direkt aus beton zu machen und müssen dann nicht wirklich von holz bis nach ganz nach oben upgraden wisst ihr was ich meine weil es stellt sich natürlich eine folge frage über die wir mal nachdenken können weil auf dieser schräge habe ich genug geld in der tasche habe ich auf dieser schräge kann man ja stehen das heißt die zombies können hier auch stehen wenn wir es jetzt doppelt so hoch machen was ist denn wenn wir eine schrägere schräge machen schrägere schräge 60 und geschritten so dann so wobei ich nicht weiß wie das mit den ecken dann funktioniert die ecken sind dann wieder ein thema ne also die schrägen schrägen die nennt man dann doppelte schräge doppelschräge so die heißen 60 gibt mal 60 60 gibt es das für ecken das funktioniert so gar nicht ne das hier bräuchten wir ne oder warte so so dann brauchen wir hier das zwischenstück also hier gibt es eine obendrauf um dann brauchen wir hier brauchen wir hier brauchen wir hier dieses ne stimmt nicht habe ich falsch habe ich falsch ne wo ist denn der fehler wo ist denn der denkfehler aber vielleicht sieht das ja auch noch was aus gucken wir mal oder wo war der andere hier ne das ist mir aber zu viel da ist mir zu viel wir brauchen noch weniger also noch da dieses ne dumm bin ich und dieses so und die alternative wäre so so was kommt das wir schauen mal so und genau deswegen will ich aus linksframes bauen weil wir halt Sachen ausprobieren und dann das hier nehmen ne so so wartet mal wir probieren das mal von unten mal kurz mit mir Leute wir gucken uns das mal hier mal ab gucken uns das an wie das von unten aussieht dann im Zweifel ja das ist eine Idee die mir gut gefällt dass wir uns das alles anschauen ist das schon richtig so hier die müssen noch weg ne dann müssen wir die anderen hinbauen so jetzt ist das hier unsere Test Ecke natürlich sehr schlau direkt die Ecke zu nehmen wo unsere Crafting Station stehen wenn hier Zombies reinfallen wird super aber wir sind ja da und viel gefährliches sollte jetzt erstmal nicht passieren die Rotation hätte ich nicht mit kopieren wollen aber es egal kriegen wir schon kriegen wir schon hin rotiert war gucke so nämlich so so und so so warte kopie vielleicht kriegen wir die Stellung kopieren sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut so sieht richtig aus Formkopie ist das der richtige? ja habe ich so dann machen wir noch die oberen Formkopie zack und zack so und das gehen wir uns jetzt von unten angucken welches wir hübscher finden von unten werden wir es ja tendenziell sehen das sehen wir von unten gar nicht glaube dann mag ich so oder so das hier lieber wir schauen uns das alles in ruhe an jetzt wenn ihr keine gemütlichkeit habt um in ruhe sachen zu gucken dann wird es jetzt hier wenig spaß machen alles aber ich habe jetzt hier gemütlichkeit ich möchte dass das gut ist dass das funktioniert deswegen machen wir das jetzt ach so genau ich wollte von hier gucken guck mal von hier sieht man das so das war ein schlechter sprung über die leiter müssen wir auch noch mal nachdenken ich glaube die die krasse krassere schräge gefällt mir besser glaube die gefällt mir besser so das hier kann alles wieder weg oh schade ja was aber auch wieder bedeutet dass ich hier voreilig upgrade habe weil es muss weg was können wir hier direkt lassen das behalten wir so was gräden wir direkt mal auf aus dem einfachen grunde dass wir es richtig dann bin ich auch direkt meine sorge los dass mir die leute auf den kopf fallen auch wenn es jetzt erstmal nur holz ist ist wenigstens wieder zu heißt aber auch im umkehrschluss die sache mit der leiter die jetzt unser einziger weg nach draußen ist wird dann nicht mehr funktionieren aus dem einfachen grunde dass ich hier ja an dieser leiter mich hier hoch kann mich auf die schräge stellen und bin dann raus aber auf dieser leiter geht geht trotzdem ok geht trotzdem über die leiter müssen wir noch mal nachdenken weil ich habe das während der horde aus dem augenwinkel auch gesehen dass die leute die da rein gefallen sind sind halt auf die leiter und sind aber wieder ganz hoch da müssen wir eh nochmal einen ersatzplan schaffen müssen wir noch mal einen ersatzplan schaffen wie sich das darstellen soll alles ja das war jetzt natürlich wirklich mittel 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 schlau vielleicht das hier schon zementiert habe aber gut sie ist das beim bauern in so einen spiel ist jetzt nicht wenn ich das mal vor du machst dass im echten leben und die leute zementieren in der ramp und du sagt noch mal weg machen ich hätte gerne ein bisschen steiler die rampe und dann sagen die leute was muss man ja vorher planen und genau deswegen bauen wir eigentlich mit frames und nicht mit betonblöcken genau deswegen ich habe überhaupt kein problem damit stundenlang eisen und steine zu verkloppen in der mine oder jahrelang mit den frames mir sachen anzugucken aber das was ich schon gebaut habe dann wieder abzureißen das macht mir wenig freude das macht mir wenig freude weil da habe ich material investiert das ist jetzt weg und dann investiere ich auch noch mal zeit die ist auch weg und dann investiere ich lieber die zeit und grade meine blöcke ab einzeln nicht besser wobei wir tatsächlich wenn wir eine anständige planung haben und sowieso bis zu beton hoch wollen ich kümmer noch gar nicht irgendwer hatte eine verkaufte oder als questbelohnung und haben wir gesagt dann brauchen wir nicht war gut habe ich darüber nachgedacht dann wäre natürlich so eine nagelpistole mit ein klick aufwertung weil das sind auch nicht wenig blöcke die wir hier aufwerten wäre gar nicht so schlecht wie geld haben wir denn 7600 sollen wir mal morgen früh doch noch mal eine tour machen eine händlertour vielleicht verkauft uns ja jemand vielleicht verkauft uns ja jemand eine nagelpistole weil das würde uns doch eine menge zeit ansparen jetzt wo ich darüber nachdenke die falschen blöcke nun das ist der block die mehr brauchen die falschen optik liegt in meiner optik dritte so ja so jetzt sehe ich hier nicht passt mal auf wenn man auch mal folgen ist damit ich besser sehe welchen block ich nehme nämlich so nämlich so nämlich so nämlich so und jetzt jetzt gehen stimmt das stimmt so so machen wir hier diesen wollen wir nur die form kopieren genau wollen wir hier wollen wir nur die form kopieren ja 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 gut sieht jetzt natürlich ein bisschen scheiße aus aber ja 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 ich würde sagen das nehmen wir so das ist sagte es wertete direkt wieder auf beton auf wird sich hinter ärgern und das nochmal abreißen die scheiße Nee, ich bin zuversichtlich, dass wir das so lassen. Ehrlich gesagt. Da bin ich zuversichtlich, dass wir das so lassen. Ihr seht, wir sind jetzt schon wieder auf 500... ...Kobbel und Beton runter. Ja, das geht schnell weg, das Ganze. Geht schnell weg, der Spaß. So, hier habe ich gar nicht, hier habe ich gar nicht, oder? Stellung kopieren. Form kopieren. So, so. Uh, nicht runterfallen. Weiß nicht so schlimm. Wir haben das Geld. Wir sind in der finanziellen Situation, dass wir uns hier runterfallen erlauben können. Wie viele Blöcke dürfen wir eigentlich? Ich habe mir da noch nie Gedanken darüber gemacht. Ähm, welches ist es? Ähm, glückliche Sammler? Die große Kuh. Sitz aus großer Höhe. 15 Meter. So 15, sollte gehen, oder? Das sind 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Also sind wir an der Grenze schon. Müssen wir schon aufpassen. Müssen wir schon aufpassen. Aber geht noch. Aber geht noch. Aber geht noch. Ja. Akku. Umkopieren wollten wir natürlich. Ah, bin ich mal gespannt, ob sich das ausgeht dann. Es ist eine Menge. Es ist eine Menge zu tun, Leute. Es ist eine ganze Menge. Tatsächlich gerade an solchen Stellen hier, wäre das wirklich nice, den Einklickaufwerter zu haben, ne? Das würde uns wirklich eine Menge Zeit sparen. Dabei haben wir noch ein bisschen was vor uns. Sind noch ein paar Blöcke, die aufgewertet werden wollen. Sind noch ein paar. Das sind noch ein paar. Und just like that sind tausend Zement und tausend Koppel gleich weg. Hat einer mitgezählt, wie viele Blöcke das alles sind hier? Wahrscheinlich nicht. Völlig zu Recht auch. Immer auch zu blöder. Weil. Man könnte natürlich einfach im Laufe. Ja, wobei ich habe ein paar kaputt gemacht. Ich habe darüber nachgedacht, ob es einfach wäre, einfach im Laufe der Videos einmal durchzuskippen und zu gucken, wie viele Blöcke ich gekraftet habe. Aber wir haben ja hier und da welche kaputt gemacht. Da käme man grob ran. An die Zahl glaube ich. Aber wäre mir trotzdem zu anstrengend. Wenn einer von euch Lust drauf hat, bitte. Ich mache das nicht. Ich mache das nicht. So. Ah. Hier noch. So. Das war das mit unserem Zement. Das war das mit unserem Zement. Das haben wir noch mal 900. Das ist aber nicht viel. Tatsächlich. Das ist aber nicht viel. Ähm. Materialien. Haben wir nicht mehr viele Steine jetzt gerade. Wir brauchen aber auch noch mal Steine. Hehehe. Sand haben wir auch nicht mehr viel. Wir müssen buddeln gehen meine Lieben. Wir müssen buddeln gehen. Was ich die Frage stelle. Was ist effizient? What is efficient? Für ein bisschen Sand in die Wüste gehen. Und hier Steine. Oder. Was wollte ich machen? Achso. Genau. Was ich dringend machen wollte. War bisschen Kohle in die Schmiede werfen. Und den Zement rausdrücken. Und jetzt sind wir mal 800. Das ist jetzt. Hier haben wir noch mal Koppel. Wo stehen wir hier? Koppel mäßig haben wir alles leer geräumt. Wir haben keine Steine Leute. Wir haben keine Steine. Äh. Das hier kommt dann auch weg. Machen wir nicht mehr. Wir werden dann wenn wir nach unten gehen wollen. Werden wir immer die Außenleiter nehmen. Wir machen das hier auch einfach dicht. Haben sie den Schmutz geschlagen hier. Das ist okay für mich. Ja. Wir brauchen sehr viel. Wir brauchen sehr viel. Ja. Und da muss die ganze Bude natürlich auch noch aus Stahl. Ist euch auch klar. Ja gut. Da gucken wir mal wann und ob wir das machen. Und ob da. Ich glaube wenn wir Stahl machen. Dann nur die äußere Schicht. Und sollten die sich durch die äußere Schicht aus irgendeinem Grund durchschlagen. Dann sehen wir die innere Schicht und dann können wir die auch immer noch aus Stahl machen. Zulost habe ich. So. Äh. Was war? Zulost. Da wird dich auch gleich wieder melden. Dann machen wir das. So. Und jetzt. And now. Tür ist natürlich eine Schwachstelle. Türe. Stahltür. Stahl, Schraubenfedern, mechanische Teile. Das bräuchte mir vier Stück. Das reicht schon nicht. Unsere Schraubenfedern reichen schon nicht für unsere Türen. Wir müssen mehr Betten zerranken. Wir gucken dann. Müssten wir so. Wir machen. Obwohl. Ah, warte. Das geht. Das geht. Machen wir den ganzen Spaß massiv, Leute. So, sollen wir das doppelt machen? Wir machen das mal doppelt hier. Das doofe Gras. Das doofe Gras steht die ganze Zeit im Weg. Sag doch auch mal was. Das natürlich auf allen vier Seiten. Und dann. Und dann so. Ich möchte behaupten, da ist die Motivation verhältnismäßig klein, sich da rein zu prügeln. Also wenn das hier abgegradet ist und die sind immer noch der Meinung, dass das ein leichterer Weg ist zu mir. Als sich bei mir am Fenster zu melden. Dann weiß ich aber auch nicht. Ne, gefällt mir aber so nicht. Ich habe kurz drüber nachgedacht, ob wir es so lassen wollen. Aber ne, gefällt mir nicht. Und man kann hier aber laufen. Kommt hier hoch. Langsam zwar, aber man kommt. So, das ist die Idee. Leute. Das ist die Idee. Und tatsächlich, die inneren, die kann man direkt aus Beton machen. Betonblöcke. Mach mal. Sind wenig Betonblöcke. Also wisst ihr, was ich meine? Die. So. Und das machen wir auf der Seite von der Tür genauso. Also das ist viel, viel, viel zu tun. Es ist viel, viel, viel zu tun. Es ist sehr viel zu tun. Ich habe gerade drüber nachgedacht. Da kam die Idee auf. Wenn wir viel Stein und Sand brauchen. Das geht doch im Wasteland ganz gut. Jetzt müssen wir nur wissen, wo es Wasteland ist. Ah, das können wir aber interpolieren. Guck mal, da ist nämlich der Schnee. Da müsste das, da ist es doch. Da ist es doch. Weil da, wenn man da auf den Boden schlägt, das geht ja mit der Spitzhacke super schnell kaputt. Da kommt immer Sand und Stein raus. Ich glaube, das ist ganz geil. Da kommt eine Horde. Tach, Leute. Hallo. Wenn wir fairen hier? Dann seid ihr alle normalos. Ich habe das Gefühl, dass die Stahlschlagringe nicht so eine Reichweite haben wie die anderen. Ich habe das Gefühl, dass ich da öfter nicht treffe. Was die Stahlschlagringe dann zu einem Downgrade machen, wenn man nicht trifft. Es ist egal, wie viel Damage die machen. Oh, er hat es überlebt. So. 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 Und dann, rein als Design-Idee. Das ist jetzt tatsächlich reine Design-Geschichte. Hm. Bisschen doof, oder? Wenn wir hier nochmal so einen Block davor machen. Dann, äh... Eine Rampe, eine kleine. Oh, wobei? Ja, wobei das mit dem Block hier gefällt mir nicht. Müssen wir die Rampe direkt davor ziehen. Sieht aber ein bisschen mogelig aus eigentlich, wahr? Ja, im Vergleich. Oh, ist schon wieder so viel Durst. Durstgeschichte nervt mich gerade ein bisschen. Hm. Hm, hm, hm. Ja, wir lassen das erstmal und gucken uns das an. Ich glaube tatsächlich, jetzt wo ich gesehen habe, wie viel das eigentlich ist. Wie viele Blöcke waren das jetzt, die hier alleine in der Ecke verschwunden sind? Das waren viele. Ich glaube, da möchte ich dann doch, ähm... Möchte ich dann doch direkt aus Beton bauen. Das muss ich nicht alles auf Holz, auf Koppel und auf Beton aufwerten. Und Holz ist ja nicht so schlimm, tatsächlich, habe ich ja erzählt. Also finde ich nicht so schlimm. Ein paar Bäume zu fällen, dann hast du wieder 1000, 2000 Holz, dann geht das. Aber diesen Zwischenschritt des Cobblestones, das ist doch eine Menge Stein, was wir da verlieren. Das ist doch eine Menge Stein, was wir da verlieren. Pipemombs wollte ich craften. Äh, was haben wir gesagt? Rohrbomben. 10. Fürs Achievement. Warte. Machen wir mal im Gepäck. Ich vertraue, ich vertraue dem Achievement nicht. Ah, muss man den der Dings machen, okay. Na gut, dann muss es gülden. Was haben wir denn für Challenges? Oh, guck mal, er war uns so weit, dann haben wir fertig. Da können wir uns vom Händler was abholen. Crafting haben wir fast fertig, was fehlt uns hier? Fertige Rohrbombe. 20, wir müssen 20 craften, nicht 10. Gut, dass wir das nochmal gecheckt haben. So. Äh, genau. Trader Joel in the Wasteland. Best Selection of Armor. Vielleicht finden wir den einfach manuell und können uns dann da auch die Belohnung abholen. Wir müssen ja, hier steht ja nicht, dass wir den, dass wir dahin geschickt werden müssen. Hier steht ja nur, dass wir ihn finden müssen. Wenn wir den selber finden. So, was fehlt uns hier noch? Bleibisschen. Ja, und die Bonusgeräte. Da warten. Hinter Ödland. Gehen wir gleich hin. Ja. Das ist so traurig hier. Sind wir nicht, sind wir nicht mehr fertig in diesem Playthrough, glaube ich. gut. Mutierter. Ja gut, das ergibt sich von alleine. Brucharbeiter. Achso, das sind, äh. So, hat das jetzt hier auch wieder reingegültet? Ähm. Gültet. Sehr gut. Ähm. Gut. Haben wir, wir haben wenig Stein. Und wenig Sand. Aber egal. Lass uns trotzdem schon mal. Dauert ja auch immer ein bisschen. So, gut. Dann lass uns doch mal jetzt hier Sachen weglegen. Ähm. Lass uns das hier nehmen und nochmal. Käffchen kochen. Oh. Sachen sind hier gar nicht. Sachen sind hier gar nicht. Was haben wir denn? 6 Minuten. Das sind 10, das sind 16. Oh. Ein mehr. Gut, meine Lieben. Dann würde ich sagen. Was wollten wir kaufen im Zweifel? Was wollten wir kaufen? Die Nagelpistole wollten wir kaufen. Und die wird nicht billig sein. Nimm mal vorsitzender. Einfach mit. Es gibt bisschen Geld. Und so einen Kuchen können wir uns immer erlauben. Ja. Dann gehen wir mal zu den Händlern. Plural? Fragezeichen. Oder gehen wir nur hier zu Rekt. Wir können bei dem Rekt vorbeischauen. Wir können hier zu unserem Rekt. Zu dem Rekt. Auch zu Hugh. Und dann können wir nach rechts ins Ödland schwenken. Lass uns das machen. Lass uns mal schauen. Lagerpistole wäre, glaube ich, geil. Wobei, andererseits ist es auch nicht mehr so wichtig jetzt. Oh, ich bin immer unentschlossen. Andererseits ist die Nagelpistole ja auch nicht mehr so wichtig. Wenn wir jetzt doch direkt aus Betonblöcken bauen. Wobei, unsere Base ist noch ein bisschen was zum Upgraden da. Ist noch ein bisschen. Wir haben uns ganz schön was vorgenommen. Jetzt Leute. Ich weiß gar nicht. Selbst wenn wir das jetzt. Oh, wir sind mit Farming fertig. Wie ich das sehe. Roger Head brauchen wir nicht mehr. Magnum Vollstrecker. Ursache mehr Schaden mit 44er Waffen. Weiß ich nicht. Gib mal lieber das hier. Mir war gar nicht klar, dass ich für eine Quest fertig gemacht habe. Ehrlich gesagt. Regiert Place. Hat er mich gerade Motherfucker genannt? Verrückter Typ. Äh, verrückter Typ. Was suchen wir? Nagelpistole suchen wir. Jaja, jaja. Das ist halt Solarzelle. Cool. So, er hat schon mal keine Nagelpistole. Ich weiß, wir haben bei irgendeinem Händler eine Nagelpistole gesehen. ich weiß nur nicht bei welchem Wäuste immer kaufen, Armut ab immer kaufen Handgun-Magazine kaufen wir jetzt auch einfach weil die werden wir nicht finden großartig, weil wir da nicht rein scale aber ich möchte natürlich wir finden ja immer eine Menge 9mm Muni da hätte ich gerne auf Dauer eine MP5 für so meine Lieben, aber es ist schon wieder spät geworden ich habe mich schon wieder verquatscht komplett ich bedanke mich ganz recht herzlich bei euch dafür, dass ihr zugesehen habt hoffe es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht auch wenn wir eigentlich nur noch bauen und bauen und farmen habe ich jetzt nicht bauen und farmen, ja gehört halt dazu also ich weiß bei anderen leuten gehört das nicht dazu aber bei mir gehört es eben dazu wenn ich dann anfange zu bauen und ich baue halt gerne auch ich mache das halt auch gerne und dann dann nimmt das eben auch Zeit in Anspruch von so einem let's play wisst ihr ich wollte ich eigentlich haben steinwachs dabei anderes thema kümmern uns noch mal anbauen ja vielen dank fürs zugesehen haben tschüss die müßle tschüss die müßle